Hallo Leute, hier ist euer SoulFresh im fünften Part von Raiment Origin. Ja, hier müssen wir jetzt noch mal weitermachen. Flinke Flosse. Framerate irgendwie niedrig, jetzt wieder. Bamm. Bamm. Badud. Das stelle kommt mir irgendwie ein bisschen... Ah, nee, nee. Ja, die du. Baddu-baddu-baddu. Warum bin ich so groß? Kommaam. Framerate, wow. Au. Ja, warte, juh. Juh-ba-de-juh-baddu. Girer. Irgendwie... Das ist grad ein bisschen komisch. Juh-ba-da-be-duu. Juh-ba-da-be-duu. Uh-oh. Warum ist es.... Ein bisschen starkennd... Was ist hier los? Ne, da hoch kann ich hier nicht, oder? Ok, doch. Spiderstyle! Also von Spiderman meine ich. Wo? Oooooooh! Nein! Oh Mist. Da da da! Ich würde sagen, der, uah, das rechte Weg, was eigentlich der schwierigste Weg war, war irgendwie, uah, der einfachste. Wenn man die Schlagentaste gedrückt hatte, konnte man, nein, nee, ich wollte nur was vorführen, Mann. Immer wenn man bei Rayman 3 Schlagen drücken musste, musste man immer, so, oder nee, wenn man springen, oder, springen und schlagen, war das so. So, uah, was ist hier denn nur los? Die Schlagentaste, weil es ne rieschige Falle ist. Ist hier irgendwas? Wo? Naja, jetzt ist es wieder nur... EIN! Ich hab das... Ah, uah, 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 uah. K, okay. Einmal wie ein Löwe gekrautzt, abgeackt. Wow. Lüba, lieber, hallo. Ich lasse euch lieber in Ruhe. Bäm. Ich glaub wir kriegen nur noch einen, weil... ...wir haben nicht genug Punkte. Ja, kriegen wir leider nur einen. Schade. Aber naja, wenigstens geht jetzt wieder alles. Einfach schwimmen. Ah, da. Blasenentzündung. Lol. Gut gemacht, ich hab genug Geld für uns dafür. Lass mich an. Sehr schön meistens. Bot ist auf dem Schade. Wenn ihr jetzt gewusst КорНen irgendwann Hallo? Oh Mann ey. Ich hab schon gedacht, ich kann nicht mehr weg. Wow. Das ist eine Rau. Das wäre natürlich schon mal wieder klar, dass ich mir am Ende natürlich wieder abkackele, aber... Das passt mir aber auf. Bam. Gut gemacht. Und der 75. Das ist... Wow. Perfekt. Perfekte Punktzahl. Also... Ich bin aber... Für den letzten Elton ist das noch gereicht. Wohohoho. Wohoho. Bäh buh bäh. Ja. So. Fäust, fröhliches Feiergefäscht. Ja. 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 Jetzt gehen wir, wow, das war gerade hochgegangen, aber nö, nö, lieber nicht. Nö, nö, nö. Au. 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 A und das kann so falsch hier sein, das ist da hinten. Au. jetzt ist das irgendwie runde spielzeug das soll das so nah wie so eine fliege sein oder habt ihr schon mal der fliege schwimmen gesehen das ist mir nämlich ein bisschen neu ich habe schon gedacht ob man die abschießen kann aber wieder hinten nach vorne es geht einfach nicht weiter nein warum war es nur da oben ach Mist ich hätte es fast geschafft so so Let's get some T-T-Fone. bämm bämm schön in der Mitte bleiben wieder unten noch nach oben gehen auch meine Bodyguards wenigstens geschafft naja, wundervürftig und weiter ah, da sind wir jetzt geheimnisvoller Gipfel barfuß zu Berge aber wir haben immer noch Schuhe an, Leute, wir haben immer noch Schuhe an das ist mir grad irgendwie erschreckt ist irgendwas? ne ich hab gedacht, da wär irgendwas warte toll danke hm 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 Jetzt habe ich auch endlich mal hinbekommen wie es geht. Ich will raus, ich will raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. Ich will raus, ich will raus. Ich will raus, ich will raus, ich will raus. 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 Warte mal kurz eine Stunde, ich muss ja rennen. Bumm. Nein! Das ist doch cool da am Anfang. Hm, soll ich jetzt springen oder? Warten wir erstmal bis die Kugel weg ist und dann... Ah, die tut ja gar nichts. Bumm, bumm. Oh, das war glück. Bumm. Bumm. Wieso? Okay. Pukka, pukka, pukka. Na ja wenigstens einen. Naja, dann. Oh, jetzt hab ich schon drei. Na ja, da fehlt mir da noch was. Oh, neue Figur. So, Kletterwetter. Au, ich würde nur helfen. Egal. Ja, so. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach komm schon! Ah, die Typen sind eindeutsch aus Rayman 1 Was? Was sind diese... Mann! Was sind diese Bergtypen da? Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Raymac zu Rayman 1 ist. Zwar nur kleine Spruchteile, aber es ist so... Jetzt bist du dran, du... Du Stein-Klotz, du... Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Kam schon. Nein! Ist doch unfair, ey. Ah, das war's schon. Krass. Okay, immerhin einen noch dazu. Naja, passt. Ah, das machen wir noch. Wege der L-Tunes. Hm. Ganz schön viele. Hm. 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 Ja. Okay. Einen für einen hat's bestimmt gereicht, aber... Okay. Einen krieg ich nicht hin. Okay. So, Leute. Wir sind hier in dem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht abonniert und kommentiert. Seid bei nächsten Mal dabei von Raymond Arlington. Ciao. Mit2 Ja. Hä beitzin. Wenn sicher nicht. Ja.